oh eine schöne landstraße wo geht es denn hier hin ja wo sind wir denn wo sind wir denn bloß ja wir sind heute wieder unterwegs aber nicht alleine oma renate ist nämlich auch dabei und wir lösen heute ihren geburtstagsgutschein ein corinna wie wäre es mit einem herz aus stein habe ich doch schon wo sie rechts hat hat sie recht hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video wir sind heute mal nicht nur alleine unterwegs sondern oma renate ist auch dabei und wir lösen ihren geburtstagsgutschein ein und machen einen kleinen ausflug in den barfußpark und was wird alles so erleben werden das seht ihr jetzt hier kann man sogar baden jetzt geht's los und oma bist du schon aufgeregt neugierig was wir alles erleben werden jetzt beginnt das mit wasser das ist ja kalt und da helfen noch tiefer ja 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 herrlich gibt nichts besseres und oma renate und henry konnten es gar nicht abwarten die sind schon weitergelaufen das sind die ganzen weinflaschen die du getrunken hast oma das sind die ganzen weinflaschen die du getrunken hast oma renate sagte eben sie hat es beim reingehen gelesen das schwimmbad kostet extra die arme mama muss die ganze zeit den kinderwagen schieben ja wenn man sich dazu entschließt den mitzunehmen dann muss ihn einer schieben manduka hat eben auch seine vorteile ja jetzt sind hier die verschiedenen untergründe wir zeigen natürlich nicht alles ihr sollt ihr selber herkommen das aus probieren aber es ist schon witzig die verschiedenen untergründe abzulaufen ich brauche eine kleine pause bin ja keine 80 mehr was gibt es hier denn corona ein spiegel für die umgekehrte perspektive man soll sich die baumkronen angucken huch da ist ja noch ein roby henry braucht ein bisschen länger um alles zu erkunden jetzt wird das mit dem farg jedoch noch war was oma renate gesagt hat glas scherben scherben bringen glück oder wie war das jetzt muss der roby das aber auch noch mal ausprobieren ganz ohne blut nicht geschnitten glas scherben glas . glas 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 Grenade, du nicht da durch? Gar nicht so einfach. Das ist eine Drehscheibe, das ist was für Henry. Alles was sich dreht, das liebt Henry. Na das ist ja was für unsere kleine Kräuterhexe hier. Es lohnt sich auch einmal den Blick nach oben schweifen zu lassen. Sieht super spannend aus, aber der Weg fällt leider für uns aus. Na die Brücke hätte Henry aber locker geschafft. Da sind wir schon ganz andere Brücken gelaufen. Und jetzt weiter. Also wie du das machst Henry? So jetzt zeig Papa wie das geht. Und zurück. Das geht gar nicht so unmöglich. So eine sportliche Oma, sogar Uroma. Geschafft. Verstehe ich nicht. Was soll das? Schwingungen. Ah ok, diese Schwingungen kommen bei mir scheinbar nicht an. Victoria? What are you doing? Victoria? Wo geht denn hin? Oh nee, nee, oh nee. Oh, 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 oh. Henry, Henry, die Omi fällt ein Wunder. Komm mal her. Henry, guck mal. Ja. Ja. Na, jetzt haben wir Machi Schuhe. Das ist die Karte, die hier. Huch. In der Machi. Mach mir das. Oh. War schön. Geschafft. Eine neue Erfahrung. Oh, das wackelt ja auch nicht. Lass ihn mal. Ja. Das tut ja gut. Das ist so einfach. Oh, das wackelt ja auch nicht. Lass ihn mal. Und das tut ja weh. Renate, soll ich übernehmen oder schaffst du das? Ja, nehm mal. Ok, wartet mal. Wartet mal. Weil das so unsicher wird. Ja. Was hat das mit Ballermann-Urlaub gemeinsam? Beides mit Absturzgefahr. Die Fußsohlen müssen trainiert werden. Das tut alles weh. Das muss man öfter machen, sowas. Ja. Und deswegen machen wir das. Ja, komm. Eine Suhle. Der andere Fuß muss noch mit. Das ist aber Bagger-Matsch. Henni, komm weiter. Geh weiter, Henni. Das ist Bagger-Matsch. Yummy. Und wenn man erst einmal drin ist, ist gar nicht schlimm. Jetzt. Auf ein neues. Das sieht aus, als ob ihr komische Strümpfe anhabt. Was da ist, wo die Kinder sind. Ein Ballonsbrett. Was machen die da? Ja. Ich wäre sehr gerne den Meditationsweg gegangen. Aber da darf man sich nicht unterhalten. Oder man soll halt ruhig sein. Man soll auch nach Möglichkeit das Handy ausschalten. Und das kommt nicht infrage. Naja, da wir ja mit Oma schon noch viel zu bequatschen haben. Weil wir uns ja auch lange nicht gesehen haben. Schätze ich mal, dass wir den Weg einfach auslassen. Ja, und jetzt heißen sie erstmal Füße waschen. Zum Schluss. Oh, das ist ja besser als hier der Kneippur. Da muss man ja richtig schrubben. Ich habe einen Hohlfuß. Wir kriegen jetzt Pommes. Und was zu essen. Ah. Salat. Ein schöner Tag geht zu Ende. Es war sehr interessant. Hat sehr viel Spaß gebracht. Hier haben von jung bis alt, von groß und klein, alle wirklich was zu erkunden und Spaß dabei. Und wir haben noch nicht alles gesehen. Wir haben dann zum Schluss abgekürzt. Aber es war trotzdem ein bunter Tag. Und jetzt geht's nach Hause. Vergesst nicht den Daumen nach oben und Kommentare schreiben und abonnieren. Tschüss.